Wir Handwerksbetriebe können uns auf topmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen, die noch einen gehörigen Berufsstalt haben. Sehr viele von ihnen kommen aus dem schönen Kanton Nidwalde, wo Gott sei Dank noch ländlich geprägt ist. Was das weiterhin so bleibt, würde ich mich im Landrat gerne einsetzen. Wir haben die Sorge zu Nidwalde.